dann wollen wir mal schauen welches team im splatfest gewonnen hat es dauert ja immer nicht so eine lange zeit als angekündigt wird und ja dann bin ich mal gespannt oder auch doch nicht scheiße okay okay muss doch ein bisschen warten also ja kleiner hat so zweiter versuch wir haben es diesmal 18 und hoffen dass jetzt diesmal die ergebnisse angezeigt werden ich bin gespannt und let's go ich bin ein kleines bisschen aufgeregt jetzt aber kommt ja vor den arena durchkeiten hat marina noch etwas für uns wie was im moment habe ich nur eine leichte panik na die ergebnisse vom splatfest sind noch da sind sie ach so ja also die ergebnisse vom splatfest sind da so dann schauen wir zuerst mal welches thema beliebtesten war finden wir es heraus und was wird wieder ein einzelnen team wahrscheinlich okay okay die stimme haben nichts mit dem ergebnis glaube zu tun oder ich weiß gerade nicht aber auf jeden fall wir haben knapp bei den stimmen her verloren wie beim letzten mal toll okay okay so weit so gut kommen wir zum wichtigsten ja beliebtheit ist nicht alles schauen wir mal welches thema die meisten ziege hat genau abonieren abonieren hier auf abonieren auf abonieren Ja, Mann! Nice! Einmal nur nice! Ja! Geil! Ha! Mach den Abflug! Team unsichtbar! Tut mir leid, Marina, aber ja! Nichts geht so krass ab wie fliegen! Kein Hater wird uns hier besiegen! What? Hehehehe! Okay! Hehehehe! Okay, das... Das war geil! Wirst du jetzt echt jedes Mal für deine Siegesrede Webtexte schreiben? Schreiben? Pah! Das float alles spontan! Haha! Jetzt wärst du gern unsichtbar, was? Jo, ich will's gegeben! Hahaha! Wer beim Splatfest dabei war, bekommt seinen Preis auf dem Inkopolis Platz! Oh, mega geil! Wirklich mega geil! Haha! Nice! Richtig nice! Jetzt weiß ich aber gar nicht, beim letzten Mal haben wir verloren! Wie hab ich denn da bekommen? Irgendwas mit 21 Stück oder so? Ich bin mir da jetzt gerade auch nicht so sicher! Äh, ich werd's ja gleich erfahren! Ja, komm! Egal! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Warum hat das nicht überspringen können? Mein Gott! Ja, schön! Wunderbar! Hier habt ihr wieder die üblichen Farben! Irgendwie hat mir das Blau sogar bei Perla gefallen! Ich weiß auch nicht! 24! Nice! Flug! Fanclub leider! 24 Supermuscheln erhalten! Splatfest wird natürlich wieder zurückgeben! Und momentan haben wir jetzt sogar 37 Stück! Das ist sogar richtig, richtig nice! Und ja! Cool, dass wir jetzt mal wieder mal gewonnen haben! Das letzte Splatfest mit Mai gegen Ketchup lief jetzt auch nicht so schön! Aber gut! Ja man! Wir haben auf jeden Fall wieder gewonnen! Richtig nice! Und das war sogar nicht knapp! Was heißt das? Stimmen sind nicht besonders viel wert! Es reicht nur die Siege! Und wie sie gemacht wurden natürlich! Also einzeln! Sowohl auch als im Team! Ich hab's auch mal als Team versucht! Aber irgendwie... Die Suche lief nicht so besonders gut! Aber... Na ja! Okay! Gut! Ich will nicht so viel lange drum rum reden! Wer im Team fliegen war! Hat auf jeden Fall gewonnen! Mich bin einbezogen! Und ja! Das war's schon! Und ja! Dann sehen wir uns! Bis zum nächsten Mal! Wunderbar! Und tschau Leute! Macht's gut!